Hallihallo und herzlich willkommen hier zurück zu diesem AutoCAD Tutorial. In diesem Video lernen wir die Zeichen- und Änderungsfunktion anhand einer Übung. Und diese Übung könnt ihr auf jeden Fall unten in der Beschreibung herunterladen. Ja, sonst können wir hier nicht zusammen arbeiten, wenn ihr die Zeichnung selber nicht habt. Also ladet euch die Zeichnung und dann sehen wir uns gleich in AutoCAD. Ihr habt euch jetzt hoffentlich schon die Zeichnung heruntergeladen und dann beginnen wir auch sofort mit der Zeichnung. Dazu klicken wir hier oben auf Neu. Dieses kleine Symbol hier oben. Na, passiert hier was? Und sagen ACAD ISO DWT. Und schon könnten wir hier loszeichen. Aber zuvor müssen wir eine kleine Einstellung vornehmen, weil in dieser Zeichnung ein Winkel angegeben ist, den wir so nicht wählen könnten. Ja. Dazu klickt ihr bitte hier oben auf dieses kleine Symbol und sagt Menüleiste anzeigen. Ich habe sie gerade eben ausgeschalten, weil es bei mir schon da war. Also Menüleiste anzeigen. Dann erscheint dieses Menü hier. Und hier klickt ihr bitte einmal auf Format, Einheiten und hier bei Winkel schaltet ihr die Genauigkeit auf zwei Kommastellen nach der Null. Das bestätigen wir einfach mit OK und erstellen uns einfach mal diesen Winkel von 42,37 Grad. Den brauchen wir später nochmal. Also wenn ihr in die Zeichnung reinschaut, dann seht ihr das auch. Und zwar in dem großen Kreis, der hat eine Mittellinie. Und von der Mittellinie geht nochmal so eine Linie weg, die uns dann den Winkel zeigt. Ja, und da steht in Klammern 42,37. Und das ist der Winkel, den wir jetzt schon mal herstellen. Sagen OK und kontrollieren das Ganze hier unten, ob der Winkel jetzt auch drin ist. Ihr belasst das jetzt aber erstmal auf 45 Grad, denn den Winkel brauchen wir erst später. Jetzt schauen wir uns die Zeichnung erstmal ein bisschen an. Hier sehen wir, diese Zeichnung besteht aus zwei Rechtecken. Eins, zwei, drei Kreisen und dann noch halt so ein Objekt, was da polar angeordnet ist. Wir zeichnen erstmal das große Rechteck. Dazu wählen wir die Funktion Rechteck und rechnen uns einfach mal die Länge. Die Länge, die X-Länge haben wir unten bei den Schnittzeichnungen auf 120. Also 120, sagen Komma für die Y-Achse, also für die Höhe. Und die Höhe errechnet sich aus den zwei Maßangaben auf der linken Seite. Also die 97,5 und die 52,5. Zusammen ergibt das 150. Bestätigen das mit Enter. Und schon haben wir hier unser Rechteck mit den Maßen, die wir für die Außenkontur schon brauchen. Das können wir hier mit Messen auch überprüfen. Wir klicken auf Messen. Messen die Breite. 120 ist richtig. Und messen nochmal die Höhe. 150. Als nächstes zeichnen wir uns einfach mal den ersten großen Kreis oben rein. Wir wissen die Höhe des Kreises. Der Mittelpunkt ist 97,5. Dann wählen wir uns den Mittelpunkt dieser unteren Linie, zeigen nach oben und sagen 97,5. Enter. Und jetzt brauchen wir noch den Abstand. Dann nehmen wir nochmal die Linie, gehen auf den Punkt hier unten, auf den Punkt hier oben und dann seht ihr schon, der sagt uns, wann wir auf die richtigen Punkte sind, wo wir klicken können. Jetzt können wir in die Richtung zeigen, wo wir hinwollen und sagen einen Abstand von 60, weil der ist unten schon festgelegt. 60. Dann sind wir ja schon da. Okay, na dann ist das halt so. Ah ja, okay, das ist 60. Also das Ding ist ja 120, 60. Stimmt schon, ne? Okay, dann nehmen wir uns jetzt einen Kreis, klicken den Mittelpunkt an und der Radius ist festgelegt auf 46,5 Grad. Radius 46,5. Sagen Enter. Und schon liegt unser Kreis an der richtigen Position, wo wir dann hin müssen. Dann fangen wir einfach mal an mit dem zweiten Kreis, also mit dem kleineren Kreis unten links. Der Abstand von der Mitte ist 25,5. Nehmen wir am besten den Mittelpunkt hier von dem Kreis, weil der Mittelpunkt von dem Kreis wird von hier oben nach unten gerechnet, laut Zeichnung. Also der Abstand ist 25,5. Und zeigen nochmal nach unten mit dem Abstand 60. 60. Bestätigen das mit Enter. Und jetzt haben wir hier schon den Mittelpunkt für den nächsten Kreis. Wählen den Kreis, klicken den Mittelpunkt an und sagen ein Radius von 22,5. Jetzt haben wir schon den kleinen Kreis da liegen. Diese Linie können wir uns rauslöschen, die brauchen wir nicht mehr. Und wir können auch gleich stutzen. Stutzen, rechtsklick und diese zwei Linien, nein, nur die eine Linie rauslöschen, weil die hier brauchen wir noch. Das hier können wir vielleicht noch stutzen, das brauchen wir nicht. Eingabe. Jetzt wählen wir nochmal den Kreis, wählen den Mittelpunkt dieses Kreises und sagen einen Radius von 30. Und dann haben wir diesen äußeren Radius des äußeren Kreises, der sich dann hier oben verbindet, laut Zeichnung. Dann können wir wieder stutzen nehmen, rechtsklick und löschen einfach mal hier diese zwei Sachen raus. Und dann seht ihr schon langsam nimmt das die Kontur an, die wir später brauchen. Gut. Dann nehmen wir als nächstes das untere rechte Rechteck. Dieses sitzt ungefähr hier auf diesem Punkt und führt dann weiter nach oben. Aber um das genau zu machen, nehmen wir einfach mal hier den Quadranten, fahren den an. und ziehen den am besten erstmal bis zum nächsten Schnittpunkt hier rüber. Rechtsklick, Schnittpunkt. Bis hierher. Aber leider macht er uns einen Winkel jetzt nicht. Dann sagen wir nochmal STRG, Rechtsklick, Lotrecht. Und das macht er auch nicht. Okay, dann fahren wir einfach den Punkt an hier. Können wir nicht. Quadrant. Fahren hier einfach mal rüber, bestätigen das, Stutzen, Rechtsklick. Und jetzt haben wir hier einen neuen Fangpunkt. Nehmen wir einfach eine neue Linie, klicken hier drauf und sagen eine Länge von 52.5. Bestätigen das mit Enter. Und jetzt haben wir schon mal die Kontur hier unten außen, die dann später hier über Winkel verbunden wird. Gut. Jetzt nehmen wir nochmal eine Linie. Gehen auf den nächsten Quadranten hier oben. Rechtsklick. Quadrant. Ziehen hier wieder eine Linie rüber. Bestätigen das. Stutzen wieder den überstehenden Rest hier weg. Und jetzt können wir hier diesen Punkt wieder fangen und den Abstand 19.5 eingeben. Denn das ist der Mittelpunkt unseres Rechteckes, den wir hier brauchen. Das Rechteck hat eine Höhe von 37.5 und eine Breite von 22.5. Das können wir jetzt einfach außen hinzeichen. Und diese Linie, die verschieben wir einfach mal am Mittelpunkt hier oben an diese Linie ran. Jetzt wird es langsam ein bisschen unübersichtlich, aber das kriegen wir trotzdem hin. Jetzt wählen wir einfach den Punkt hier oben, den Endpunkt dieser Linie und verbinden ihn lotrecht nach unten. Diese Linie verlängern wir einfach auf die Länge dieser Linie. Und diese Linie in der Mitte verschieben wir einfach auf den äußeren Punkt. Und schon haben wir hier unser Rechteck, was wir dann später brauchen. So, die verkürze ich noch, damit das Rechteck ergibt, damit ein Rechteck entstanden ist. Die Linie können wir jetzt schon wieder rauslöschen, die brauchen wir nicht mehr. Und diese Mittellinie, die lösche ich auch erstmal raus. Die können wir nachher neu machen, wenn wir es brauchen. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Jetzt nehmen wir die Funktion Stutzen. Rechtsklick. Und stutzen erstmal alles hier raus, was wir jetzt nicht mehr brauchen. Damit das ein bisschen übersichtlicher wird, das Ganze. So, mal gucken, warum lässt er das nicht stutzen? Weil die liegt doch hier an. Ja, okay. Will er nicht machen, dann nehmen wir einfach mal hier den Punkt. Ziehen hier ein bisschen was nach oben. Stutzen, rechtsklick und dann das Ding hier auch noch weg. Damit es hier ein bisschen sauberer wird. Jetzt seht ihr schon, das nimmt langsam die Form unseres gewünschten Objektes an. Jetzt sehen wir hier, dass unser Rechteck nach Abrundungen hat. Ich kürze erstmal noch kurz den Kreis ein bisschen. Damit uns diese Linien hier nicht stören, wenn wir jetzt die Radien hier dran machen wollen. Radien, diese Abrundungen hier in den Ecken, die können wir oben mit Abrunden erstellen. Und zwar sehen wir, die obere rechte Ecke des Kreises hat einen Radius von 4. Hier, sagen wir hier unten Radius, geben 4 ein, Enter und wählen die Linien, die den Radius bekommen sollen, also die Ecken. Jetzt nehmen wir wieder Abrunden, nehmen die obere linke Ecke. Diese hat einen Radius von 6. Und wieder Abrunden, sagen einen Radius von 8. Wählen die zwei unteren Linien. So, und zum letzten Mal abrunden mit einem Radius von 10. 10, Enter. Und schon haben wir das Objekt so, wie es auf der Zeichnung auch vorgegeben ist. Gut, kommen wir mal zu diesen kleinen Kreisen innerhalb dieses Kreises. Hier wissen wir, der Kreis, die Kreise liegen auf dem Mittelpunkt von dem, also wenn wir jetzt den Mittelpunkt hier hindenken, dann sehen wir hier drüben ist so ein Kreis. Und das ist halt direkt auf dem Mittelpunkt, genauso wie dieser Kreis. Da können wir uns ja einfach eine Hilfslinie hernehmen. Oder wir zeichnen uns noch einen zweiten Kreis rein. Denn wir sehen hier, da ist noch ein zweiter Kreis mit so einer Mittellinie. Wir nehmen jetzt erstmal einen Kreis und zeichnen unsere Mittellinie ein. Die hat einen Radius von 15. Und jetzt sitzen hier die Kreise, ich nehme jetzt mal den Mittelpunkt. Wir sehen hier sitzen jetzt die Kreise, ich sage jetzt mal Quadrant. Und jetzt haben wir hier schon den ersten Mittelpunkt für unseren Kreis, den wir brauchen. Da wählen wir einfach einen Kreis, klicken hier rauf. Der hat einen Radius von 6, also einen Durchmesser von 6. Das sehen wir unten auf diesem Schnitt, ja, diese Bohrungen, die da sind. Die haben einen Durchmesser von 6. Dazu wählen wir hier unten in der Leiste Durchmesser, weil wir wollen jetzt keinen Radius haben. Durchmesser und sagen 6. Bestätigen das wieder mit Enter und schon steht unser Kreis da. Jetzt können wir ja hier den äußeren, also diese Linie rauslöschen und auch hier unsere Mittellinie. Die brauchen wir jetzt im Grunde nicht mehr, die können wir rauslöschen, ja. Als nächstes wählen wir hier oben die Funktion Polaranordnung, denn wir wollen ja mehr Kreise innerhalb eines Radiuses haben. Dann wählen wir einfach unseren Kreis, den wir anordnen wollen. Bestätigen das mit Enter. Schauen mal, ob wir den Mittelpunkt des Kreises hier bekommen. Klicken den an. Und sagen bei Elemente 10 Stück. 10 Stück. Und Anordnung schließen. Jetzt sehen wir schon, es nähert sich immer weiter unserer Vorgabezeichnung. So, jetzt als nächstes werden wir hier diesen Winkel einzeichnen, der in der Zeichnung vorgegeben ist. Da haben wir ja am Anfang den Winkel 42.37 eingegeben. Den wählen wir jetzt am besten, dass er aktiv ist. Und nehmen unsere Linie. Wählen den Mittelpunkt des großen Kreises. Und schauen mal, ob wir das hinkriegen. Also nach unten hin geht es nicht. Wir können das nur nach oben zeichnen, unseren Winkel. 43.49 steht da jetzt. Das ist aber nicht richtig. 42.37 brauchen wir. 42.37 ziehen die Linie einfach mal hier rein. Irgendwie. Bestätigen das mit Enter. Dann sagen wir, wir wollen das mal spiegeln. Diese Linie. Spiegeln. Wählen das Objekt. Bestätigen das mit Enter. Wählen den Mittelpunkt. Und ziehen hier einfach mal so eine. Wir folgen dieser grünen Linie hier. Damit das wirklich hundertprozentig gespiegelt wird. Drücken irgendwo hin. Das Quellobjekt löschen wir, weil das brauchen wir nicht. Ja. Und schon haben wir die erste Linie, die wir hier brauchen. Die können wir jetzt nochmal spiegeln, wenn wir wollen. Spiegeln. Mittelpunkt. Nach unten hin. 90 Grad oder 45 Grad, was er uns zeigt. Bestätigen das auch wieder mit Enter. Quellobjekt löschen wir diesmal nicht. Und schon haben wir hier unseren Winkel, der auf der Zeichnung angezeigt ist. Und da sehen wir jetzt schon, dass der Punkt hier korrekt verbunden ist. Okay. Wir zeichnen jetzt jedenfalls eine Linie. Und wählen hier diesen Schnittpunkt, der hier ist. Steuerung, Rechtsklick, Schnittpunkt. Wählen diesen Schnittpunkt zwischen dem Kreis und der Linie. Und verlängern das Ganze einfach hier runter. Bestätigen es mit Enter. Und können die Funktion Stutzen nehmen. Rechtsklick. Und noch den überschüssigen Rest des Kreises schon mal rauslöschen. Bestätigen das. Als nächstes nehmen wir die Funktion Abrunden wieder. Abrunden. Und sehen, unten soll ein Radius von 7.5 sein. Da wählen wir unten wieder Radius. Sagen 7.5. Bestätigen das mit Enter. Und wählen unsere zwei Linien, die abgerundet werden sollen. Und ihr seht schon, unsere Ecke verschwindet. Die zeichnen wir dann einfach neu ein. Dann nehmen wir einfach wieder eine Linie. Wählen den Endpunkt hier. Und fahren bloß den Punkt hier an. So. Und sehen wir schon, der macht das automatisch. Und schon haben wir das wirklich auch wieder wie auf der Zeichnung. So. Was brauchen wir denn jetzt noch? Jetzt muss hier noch eine Abrundung rein, sehen wir. Okay. Da müssen wir mal kurz gucken, wie wir das am besten machen. Damit uns die Ecke erhalten bleibt. Da würde ich sagen, wir kopieren uns den Kreis und diese Linie. Einmal kopieren. Von diesem Punkt. Auch wieder an diesem Punkt. Bestätigen das mit Enter. Und jetzt können wir einmal abrunden. Und zwar soll da ein Radius von 10 entstehen. Radius 10. Enter. Nehmen einmal so ein Kreiselement. Oder Bogen, was da steht. Und einmal so eine Linie hier. Und dann sehen wir, wir haben hier den Radius drinne und unsere Ecke, die wir brauchen. Das gleiche machen wir jetzt mit der anderen Seite auch nochmal. Hier müssen wir jetzt nicht kopieren, weil wir haben das Ding ja zweimal da. Wir sagen jetzt einfach abrunden. Wählen wieder Radius. Und hier drüben soll ein Radius von 30 entstehen. 30. Wählen wieder unsere zwei Objekte, die abgerundet werden sollen. Und dann sehen wir schon, unser Radius entsteht hier, der hier sein soll. Aber der Kreis hier unten ist verschwunden. Deswegen mache ich es jetzt mal kurz rückgängig. Kopiere mir dieses Element nochmal. Kopieren. Von dem Punkt wieder an den Punkt. Bestätigen mit Enter. Und jetzt machen wir den Radius. Radius. Der müsste noch drin sein von 10. Genau, bestätigen wir bloß. Und jetzt wählen wir diese zwei Objekte. Und schon sieht das anders aus. Auf der Zeichnung sieht das nicht irgendwie ein bisschen größer aus. Ach, das war ein Radius 10, der drin war. Rückgängig. Abrunden. Radius. 30. Enter. Und jetzt sehen wir, hier ist unser Radius drin. Unsere Ecke ist drin. Die zwei Hilfslinien lösche ich erstmal raus. Die brauchen wir nicht mehr. Und das sieht jetzt eigentlich schon fast aus wie auf der Zeichnung, gell? Gut. Als nächstes brauchen wir dieses gebogene Element hier oben. Das können wir ja erstmal irgendwo draußen zeichnen. Kommen wir noch zu unserem S-Element, was wir überhalb, was wir oberhalb dieser Zeichnung sehen. Hier ist ja so ein S-Element oben auf der Zeichnung zu sehen. Und jetzt zeichnen wir uns erstmal eine Mittellinie ein. Da sehen wir ja schon eine. Die hat einen Abstand von 18. 18. Und hat einen Winkel von 50 in diese Richtung. Nimm eine neue Linie. Zeige einfach mal in die Richtung. 90 plus 50 sind 140. Sage hier einfach mal Tab, dass wir auf den Winkel kommen. Gehen auf 140. Sagen Enter. Den Winkel können wir jetzt nochmal nachmessen. Hier oben mit Winkel. Wählen die Linie. Und hier sehen wir, wir haben einen Winkel von 50. So wie es sein soll. Als nächstes zeichnen wir unseren Kreis rein, der da sein soll. Mit einem Radius von 9. Wählen einfach hier den Mittelpunkt. Radius 9. Und verlängern unsere Mittellinie einfach mal nach oben. Nehmen die Funktion Stutzen. Rechtsklick. Und löschen erstmal schon wieder alles raus, dass wir hier nicht mehr drin brauchen. Bestätigen das. Als nächstes sehen wir, brauchen wir einen oberen Kreis. Auch wieder mit Radius 9. Nehmen wir einen Kreis. Sagen wieder Radius 9. Den können wir ja irgendwo hinsetzen. Und verschieben einfach mal den Kreis. Mit STRG-Rechstklick. Unseren Quadranten. Von den unteren Quadranten an diesem Punkt hier. Und wir sehen aber oben noch, dass das eigentlich nicht der Radius ist, der hier anknüpft. Der hier sitzt eigentlich ein bisschen weiter höher. Und zwar 3 mm. Das sieht man oben an dem Abstand zwischen den beiden Linien. Also nehmen wir uns den Kreis, drücken den Mittelpunkt an, zeigen nach oben. Wir müssen natürlich erstmal hier unten unsere Winkel wieder einstellen. 45 Grad. Zeigen nach oben. Und geben einfach mal einen Abstand 3 ein. Bestätigen das mit Enter. Und jetzt sehen wir hier schon, ist der richtige Abstand eingestellt. Wir sehen aber noch, dass hier ein Radius, ein Winkel von 58 Grad ist. Jetzt gehen wir nochmal in den Mittelpunkt hier. Und sagen hier ein Winkel von 32. Enter. Und messen das jetzt nochmal nach dem Winkel, ob der jetzt stimmt. Ja, und dann haben wir Winkel 58. Also müssen wir das immer abrechnen, weil AutoCAD gegen den Uhrzeigersinn rechnet. Okay, jetzt stimmt erstmal der Winkel wieder. Jetzt nehmen wir die Funktion Stutzen. Rechtsklick. Und löschen hier erstmal wieder alles raus, was man nicht braucht. Bestätigen das mit Eingabe. Und jetzt wählen wir hier die Funktion Versetzen. Und wir wollen um einen Abstand von 3 mm versetzen. Wir wählen das Objekt, was versetzt werden soll. Und versetzen es nach außen. Genauso wie das zweite Objekt. Und schon sehen wir, haben wir das Objekt so, wie es oben in der Zeichnung sein soll. Jetzt können wir hier einfach Stutzen nehmen. Nehmen wir mal Stutzen. Rechtsklick. Stutzen alles weg, was nicht mehr da sein soll. Und die Linie können wir komplett löschen. Fertig. Wir sehen jetzt aber, das Objekt würde gar nicht hier irgendwo reinpassen. Das würde dieses Objekt hier sein, was passen würde. Aber das jetzt auszurechnen, das ist ein bisschen umständlich. Deshalb werden wir erstmal hier dieses Objekt miteinander verbinden, damit hier ein Objekt draus wird. Jetzt zeichnen wir uns erstmal als Hilfe eine kleine Mittellinie. Und einen Abstand wissen wir von 18. Weil dieser Abstand oben in dieser Zeichnung drin ist, stand 18. Wir nehmen einfach hier diese Linie, sagen 18 hoch. Und hier wird dann dieses Teil angesetzt. Damit es aber wie in der Zeichnung ausschaut, müssen wir dieses Teil an dieser Kante ausrichten. Da wählen wir die Funktion ausrichten. Und sagen, diese Seite soll an diesem Punkt ausgerichtet werden. Und diese Seite soll einfach mal hier auf der Achse irgendwo ausgerichtet werden. Hauptsache, dass es die Richtung annimmt. Bestätigen das mit Enter. Skalieren wollen wir nicht. Nein. Und schon sitzt das an der Position, wo es nachher sein soll. Hier löschen wir jetzt einfach die Linien wieder raus, weil die brauchen wir nicht mehr. Jetzt können wir dieses Objekt polar anordnen. Und zwar an diesem Mittelpunkt. Und es sollen am Ende neun Stück sein. Also hier oben einfach wieder neun eingeben, bestätigen mit Enter und Anordnung schließen. Und wie ihr seht, das Teil ist jetzt wie auf der Zeichnung fertiggestellt. So, ich hoffe, wenn ihr Fragen habt auf jeden Fall zu diesem Tutorial, dann schreibt das bitte in die Kommentare rein. Ich werde dann auf eure Fragen antworten. Wenn ihr jetzt nicht wisst, wie ich was richtig gemacht habe, beziehungsweise könnt ihr in dem Video nochmal an die Stelle zurückspulen und das nochmal ein bisschen genauer betrachten, was ich gemacht habe. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Beim nächsten Tutorial üben wir dann oder werden wir dann ein Schriftfeld erstellen. Also es geht einfach nur darum, dass wir ein Schriftfeld erstellen, damit ihr wisst, wie Schriftfelder erstellt werden am Endeffekt. Ja, da werden wir mit Attributsdefinitionen arbeiten und auch dieses Schriftfeld als Block abspeichern. Und dann nehmen wir natürlich noch gleich andere Blöcke durch, also normale Blöcke und dynamische Blöcke nehmen wir dann noch durch. Also, ich hoffe, euch hat es gefallen. Daumen nach oben, gerne kommentieren, abonnieren und wir sehen uns im nächsten Tutorial. Bis dahin. Bis dann.